gepasst, jetzt habe ich das wieder so hingestellt und ja gut ich bin der Samark MF14, wie ihr im Informationsvideo schon gemerkt habt was der Jack schon hochgeladen hat bin ich für die Rennspieler und so verantwortlich und Strategie natürlich und da es hier kein Let's Play dazu geben wird, mache ich ein Let's Play zu Need for Speed Rivals und vielleicht wird es ja irgendwann die Option geben, dass man seinen Spielstand zurücksetzen kann, vielleicht am Ende der Kampagne hier und dann werde ich das natürlich auch nochmal Let's Playen ansonsten einfach mal solche